Willkommen zurück, weiter geht's mit Rocket League und wir suchen, glaube ich, auch schon ein Spiel im Hintergrund. Nee, noch nicht, aber das wird jetzt gemacht, denn wir müssen wieder verschiedene Matches bestreiten heute, würde ich sagen. Zwei, um genau zu sein. Und der Benni ist wieder irgendwie, hat sich sein Nachbar bei sich in den Rechner eingeloggt und macht File-Sharing oder sowas. Genau, sag mal ja, Benni. Ja. Das musst du dir jetzt immer verzögern. Das ist lustig. Das ist lustig. Das ist lustig. Das Thema, stell dir ein Stück an meiner leckeren Kapiel, so eine Produktplatzierung. Oh Gott, es geht los, Rocket League. The next Match. Wer denkt jetzt, ich hätte eine richtige Kapiel? Chakito, Halfling Hobbit und Zombie Death, 91. Na, das ist ja eine richtige Truppe und es geht schon wieder los. Ich bleib hinten, ihr fahrt los, ihr fahrt los. Ich starte durch. Online-Match, herzlich willkommen zurück bei Rocket League. Wir geben wieder Gas, wir wollen Spaß hier bei einer neuen Runde. Ich wollte irgendwie, boah. What the fuck? Alter, es lag voll, es lag voll. Voll, 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 voll. Ja, bei mir auch, jetzt wisst ihr mal, wie das ist. So wie es mir eben. Boah. Alter, da kann man ja gar nicht richtig fahren. Ja, siehst du? Kein Künder, dass ich den Ball ihm reingelassen habe. Das ist ja völlig, völlig einmal hier. What the fuck? Wir haben keine Gegner mehr, wir haben keine Gegner mehr übrigens. Wir haben alle das Match verlassen. Boah, aber das ist irgendwie geil. Was? Das sind jetzt Bots, das ist ja voll fair, weißt du? Ach, das sind Bots, ja, stimmt. Alter. Und die haben bestimmt kein Match. Oh Mann, was ist los? Oh nein, oh Mann. Ich hau den rein, ich hau den rein. Geil. Ich hab auch so das Disconnect-Logo in der Luft. Ja, ja, genau. Ich bin der Erdboden, bin ich gerade versunken. Oh Gott. Boah, die Bots haben natürlich keine Disconnects. Ich hab eine Frage gestackt. Ich glaub, eine Minute damit reicht. Geile, ich mach doch mal ein Freak-Dance in der Luft. Ja, lass mal wieder abbrechen, oder? Ja, ja. Das bringt ja nichts. Sieger durch Aufgabe, Blau. Oh. Oh cool, das hat's ja los. Die anderen haben aufgegeben. Haben einfach mal die Punkte gemacht. Ja, okay. Wie hast du bitte 130 Punkte gemacht? Ey, Benni, du warst der beste Spieler von allen. Ey, wie hast du 130 Punkte gemacht bei dem Lack, Benni? Keine Ahnung, den Ball ausprobiert. Wenn der cheatet doch, ey. Jetzt weiß ich, warum der so einen Ping hat, ey. Aber ich hab gerade auch so einen mega schlechten Ping. Wir haben alle so einen total schlechten Ping irgendwie gerade. Ja, Revanche bringt ja nichts. Wir müssen zum Hauptmenü. Gehen wir nochmal zurück zum Hauptmenü und ich mach nochmal neu. Ich fäng nochmal einen Schluck. Nicht an meiner Kaffeesonne. Ich hab aber auch in den Kommentaren gelesen, dass das Spiel sehr populär geworden ist jetzt in den letzten Tagen und seit Samstag ist es auch... Ja, durch unser LP, ne? Ja, unter anderem. Nicht nur zu unseren, glaube ich. Zocken jetzt viele Leute, finde ich geil. Überhaupt, da muss ich auch mal drauf eingehen. Ist jetzt bei Twitch auch in den Top Ten der meist gespielten Spiele. Der meist gesehenen Spiele. Du warst wieder abgehakt, kurz. Ja, der Benni leckt noch so ein bisschen hin. Ja, der Benni leckt noch wieder am Salzstein, wie so ein kleines Geh. Wir haben einen EU-Server, wir haben einen EU-Server. Oh, da freut man sich doch. Ja, da sind wir jetzt aber auch wirklich im Match drinnen. Da sind wir jetzt hier. Hoppala, im Match drinnen. Mal gucken, ob diesmal ohne Legs funktioniert. Denn wir sind gerade rausgeflogen aus dem Spiel und haben jetzt das einfach zusammengeschnitten. So richtig raus. So, dass das Spiel ausgegangen ist. Jaaaaaa. Boah, Benni, trau mich. Benni, den haust du weg. Der Turbostart war das. Okay, ich muss mal echt das probieren. Feilrückzieher. Ja, war nicht schlecht. Oh, der war ganz gut sogar. Tor! Ja, der war... Jawoll, easy. Das war Ast rein... Feilrückzieher, Tischt da rum. Feilrückzieher, Tischt da rum. Feilrückzieher, Tischt da rum. Feilrückzieher, Tischt da rum. Feilrückzieher und der Rumpel holt sich das Pädelchen, ja. 1-0. Nach nur 13 Sekunden, liebe Sportfreunde. So, die drei von der Flacke sind wieder da. Der Rumpel, der hat so viel geübt heimlich, das Spiel. Der ist jetzt voll der Suchtbolzen. Weißt du, wenn ich hier noch mit meinem Anfänger Kackraben rumheize, ist, der ist schon voll der Pro-Game auf einem neuen Level. So. Nein, das kann nicht sein. Bleide vorbei. Ich hab mal versucht, die Gegner wegzuhauen. Ich wollte gerade mal mit der Ballkammer... Da kommt der Ball! Ja, ich seh's. Aber ich weiß nicht, ob ich... Oh, da hat mich einer weggezogen. Geil! Das war ein Eigentor. Das war ein Eigentor von mir. Geil, geil! Voll reingestolpert, aber egal. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich weiß, ich hab's gar nicht bekommen. Eigentor war das. Ich hab's auch nicht gesehen. Hier, da vorne. Und ich spring da rum. Eigentor. Und ich wollte der noch... Das war ein Eigentor, ja. Ich hab den nicht getroffen. Okay, ich fahr voll rein. Achtung. Ich bleib hinten. Ich baller die weg. Oder auch nicht. Schön wär's. Traumhaft. Aua! Gibt Kopfschmerzen. Alle kloppen sich um den Ball. Und der Benni holt ihn nochmal hier. Von hinten kommt er dabei. Schöner Konto. Der Benni holt ihn von hinten. Ach, schade, wenn er da durchgetendelt. Da bin ich vorbeigeflogen. War schwach. Oh, die kommen. Ja, aber ich hab die weggeguckt. Oh, ich hab keinen Speedy mehr. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich bin hinten im Tor. Oh, Alter, in der Luft hast du den weggemacht. Ja, so kann man fliegen, wenn man halt sein Auto ausfällt. Ich hab den Ball einer noch angehalten. Benni, Achtung. Oh, Benni. Ey, sorry, der kam zu schnell. Der kam zu schnell, ey. Ich hab den da probiert, noch irgendwie wegzudüddeln, aber das hat nicht viel gemacht. Und dann? Schönes Ding. Ja, passiert. 2-1. Muss man den Gegner auch mal Props geben hier. Ja, klar. So, Achtung. Ich bleib hinten. Wow. So, Vorsicht. Ja, bleib mit dem Tor, bleib mit dem Tor. Ah, shit. Aber die hauen ihn selbst raus, das ist gut. Jetzt, 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 jetzt. Ja, Carata, du kriegst ihn. Nein. Ja, genau das Tor. Juhu. Eiskalt. Da, wie er hinpießt. Ja, wie so eine kleine Fliege zum Scheißhaufen. Das ist unser Teamname. Die Fliege zum Scheißhaufen. Keine Nummer, Rumpel. Ah, schade. Ah, schade. Das wär gut gewesen. Aber kriegen wir noch, kriegen wir noch. Ja, den hast du sogar. Ah, der kommt direkt zu dir. Ja, der kommt zurück. Oh, schade. Der kommt zurück. Aber geht vorbei. Uh. Oh, alle vorbeigesprungen. Die sind aber aggressiv. Ja, Fallrückzieher. Ja. Klappt der tatsächlich, der Fallrückzieher? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, nee, hab ich, aber... Nein, hab ich nicht. Aber alles gut. Alles safe, alles safe. Alles gut. Die haben ihn selbst rausgehauen. Ja. Oh, schade. Den hab ich ein bisschen falsch erwischt. Ja, dieses Spiel ist der Hammer. Das Spiel ist genial. Er macht so Laune. Ist, wie gesagt, einfach mal selber. Ich hab gehört. Ah, schade, der war so. Schade, krieg ich's nicht. Vorsicht, Benni. Ja. Oh. Der ist da rüber bei dir, Rumpel. Achtung. Schön. Mach mal nach vorne bringen, das Ding. Oh, das ist eine gute Situation gerade. Oh, das ist eine sehr gute Situation. Nein. Jawohl. Nein. Oh nein, ich habe es geholfen. Oh, wie geht das denn? Ey, das kann doch nicht sein. Ich spring da rein, trifft den Kleidus so, dass... Wir haben beiden wieder Blitzschleichen daneben gejumpt. Alter. Nee, eigentlich hab ich den ja ganz gut erwischt sogar. Oh, der war, der kommt aber gut. Jawohl. Den lass ich durch. Den hab ich schön abgedreht. Ähm. Der geht noch. Ah, schade. Mann, wie konnte ich den denn nicht rein dollen, ey? Das ist mir ein Rätsel. Ja, das geht mir aber genauso. Also, das ist der da. Meinmal ist das so ein bisschen Fax bei diesem Spiel. Das schreiben aber auch alle. Und das ist ja auch das, was das ganze Ding so lustig macht. Ja, das stimmt. Oh, schade. Raus damit. Achtung, ich komme. Nein. Oh nein. Jetzt habe ich mich dadurch verhuppelt. Ah. Wie konzentriert alle sind hier gerade. Ja, höchst konzentriert. Ja, ja. Oh, 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 oh. Nix da. Oh, schön. Ja. Bam. Scheiße, der hat nichts zerrammt. Ich bin dran. Ich bin down. Aber dafür bin ich hinten. Sehr gut. Oh. Ah, verdammt. Schade. Nein, vorbeigefahren. Schade. Äh. Ich hab ihn. Ja. Ich frage jetzt, wo er hingeht. Der geht rein. Nein. Mittelfeld. Benni, hau ihn rein. Oh, schade. Ich konnte gerade nicht. Zurück, 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 zurück. Das ist ein Counter. Das ist ein Counter. Das ist ein Counter. Oh, Gott. Der nicht funktioniert hat zum Glück. Oh, sehr Dank. Der landet vor dem Tor. Achtung. So. Oh, der wird der mal. Das ist ein Counter. Das ist ein Counter. Das ist ein Counter. Das ist ein Counter. Die Jungs sind fast schon zu gut. Das war so krass. Wenn der Benni nicht gerade wieder eine Zeitung liest. Genau. Ja, selbst das kann ich mir erlauben. Ja, jetzt wird's arrogant. Jetzt wird arrogant hier. Wie wir Sportfreunde. Ich probiere das. Nein. Ah, fuck. Ich habe es mal im Ohr. Nein, nein. Sorry. Das war so blöd. Du. Ich bring dich um. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe einmal die Ballkammer gerade abgeschaltet. Oh, nice. Weil mein Ende kommt zurück. Den hast du. Schön. Oh, der war gut. Ja, eigentlich aber. Alter, der nervt hier gerade. Der dringt mich die ganze Zeit ab. Oh, fuck. Oh, nein. Humpel auch vorbei. Okay, zurück. Kommt von der Seite. Ah, die machen das zu stark. Oh, 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 oh. Oh, sorry. Nein. Oh, nein. Oh. Damn, aber das kriegen sie niemals eingeholt. In vier Sekunden können sie keine zwei Tore machen. Lassen wir ihnen das. Ja, da hätte ich schnell reagieren müssen. Ja, passiert. Ich bin da auch vorbeigeflogen. Also, ich mache da gar keinen Vorwurf, Benjamin. Komm, wir machen dir so ein Tor. Okay, da runter geht's. Alle drauf. Volle Kalle. Ja, Mann. Das ist gut. Komm, durch, durch. Leider viel zu wenig Zeit. Schade. Das ist doch gut. Tarnflagge habe ich. Eightball. Nice. Gut gemacht. Ja, Revanche. Ja, machen wir noch eine Revanche. Ja, komm. Wo wir gerade hier sind. Macht so viel Spaß. Und wo es auch mal der Server so gut funktioniert. Das sind auch Semi-Profis, die beiden hier. Ja? Aber ich glaube, ein Bot war dabei, oder? Das stimmt richtig. Nee, die sind scheinbar unklaren. Sieben, vier, sechs. Oder einer ist rausgegangen. Das könnte auch sein. Ja, einer ist rausgegangen. Glaube ich auch. Kein großer Kalle. Geht mal auf bereit, dann können wir direkt losspielen. Ah, die sind Semi-Profis. Das muss man sich mal geben. Das muss man sich mal geben, ne? Ja. Aber ich bin ja noch Anfänger. Ja, nee, ich nur nicht. Der Anfänger und die zwei Semi-Profis. So heißt unser Team. Oh, immer willst du mich dissen. Spielersuche läuft. Wartet ab, wenn ich Semi-Profi bin. Dann bin ich der beste Semi-Profi. Nicht. Promise Son ist reserviert. Oh, der verspricht irgendwas seinem Sohn, habe ich das Gefühl. So, ich bleib hinten, ihr beide fahrt drauf. Vielleicht, dass er Semi-Profi wird. Jawohl. Okay, ich gehe auch drauf. Und wie ich draufgehe. Aber nicht draufgehen. Was? Achso. Dabei. Ey, ich gebe Gas. Ich habe Spaß. Benni ist zuerst. Boah. Oh. Der ist aber irgendwie abgelenkt worden. Oh, Benni, Benni. Ja, krieg der rein. Nein. Ja, nee, nee, nee. Nein, knapp vorbei. Ah. Der war blöd. Geh mal nach hinten. Die spielen ohne Torwart. Die sind riskant. Ja, das haben wir doch auch ewig gemacht. Ja, ja, aber... Irgendwann haben wir da mal die Kommentare gelesen. Oh, da hat mich jemand gerammt. Nix da. Der Sarat ist da. Nee, ich habe das Ding aufgeladen gerade. Die Pille. Achtung, Mittelfeld kommt. Ah, scheiße, der titscht irgendwie ziemlich komisch wieder. Au. Wir haben jetzt gemeinsam. Ja. Ich bleib in der Mitte. Pfeilrückzieher. Nein. Oh, der geht rein. Mega geil. Was für ein Granatenzoll, Leute. Da müsste noch jemand stehen, aber... Zieht euch das mal rein. Hier, mein Pfeilrückzieher. Bam. Und dann... Und jetzt so. Bing. Sauber. Ey, Alter, der Sarat, da steht zwar Anfänger dran, aber eigentlich ist der auch Semiprofi, glaube ich. Nee, ich bin Anfänger. Nein, nein, nein. Ich mache da gar keinen Hehl draus. Oh, der geht rein. Der geht rein. Der geht rein. Der geht nicht. Wahnsinn. Weil es immer so gut, da müssen wir gegen andere richtige Spieler spielen. Also nicht, dass sie jetzt schlecht wären oder so. Das kann auch noch nicht sein. Nein, die sind nicht schlecht. Wir sind so wahnsinnig gut. Nee, nee, nein. Wir sind auch nicht gut, aber ich will jetzt hier keinen Dissen irgendwie, sondern ich meine das eher so in Bezug auf, dass wir gegen Leute spielen, die wir kennen, weil das auch manchmal ganz cool ist. Ja, das stimmt. Ja, aber ob die besser sind? Ja, dann wird es lustiger, die platt zu machen. Ja, stimmt. Boah, guckt euch diesen Spaß an. Was ist denn hier los? Die gehen doch gleich aus dem Spiel. Aber echt, ey, da sind Ragequid vorprogrammiert. Hier guckt euch das an. Bam. Aber das ist irgendwie auch gerade alles Glück. Das ist nicht echt, Freunde. Was? Das war absoluter Skill hier gerade. Das war geplant. Nee, das kann eigentlich nicht so funktionieren. Stimmt doch irgendwas nicht. Warte mal, ich mache gleich das nächste Glückstour hier. Komm hin. Nee, das ist aber nicht. Nein. Oh, knapp. Wie knapp. Ach, scheiße, der hat den Bouncer bekommen. Nee. Ah, war unüberschaubar. Kann ich kommen, Benni? Ich habe den weggenommen. Jawohl. Sehr schön, sehr schön. Geht mal vorne, ich bleib hinten. Da kommt der Schuss. Oh, schade. Schade, 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 schade. Abgeblockt. Ja, der hat er abgeblockt. Der war gut geblockt. So, hier. Nochmal abgeblockt. Nein. Nein, der ist rüber. Achtung, du musst zurückziehen. Oh. Boah, der wird weg. Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Oh. Jetzt holt die an Milch auf. Die haben sich ins Spiel gefunden, habe ich, glaube ich, das Gefühl. Oh, das war die falsche Richtung. Aber lieber einmal safe zurück, als würde sie nach vorne, ne? Oh, der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Schön, Benni. Ich bin wieder am Tor. Schön, ich habe Powers. Sehr schön. Okay. Ich kann wieder Vollgas geben. Aber doch nicht mich rammen, Alter. Nein, knapp vorbei. Fucking. Fucking shitty. Ah, das war ein guter Pass. Schade. Der hätte es besser auch dir überlassen sollen. Ich glaube, das war es besser. Ich hatte gerade so einen Speed, weißt du? Deswegen war das gar nicht so schlecht. Egal. Ich darf nicht aufgehangen. Da kommt er in die Mitte. Da kommt er in die Mitte. Da kommt er in die Mitte. Nein. Da ist er vorbei. Vorbei, leider. Nein. Nein, die hätten sie gehabt. Alle, alle vorbein. Nee. Oh mein Gott. Oh, das ist ein Counter-Tor. Wenn die das hinkriegen, das müssten die ja nicht hinkriegen. Nee, nee. Alles gut. Haben sie nicht hingekriegt. Da haben wir Schwein gehabt. Haben sie nicht geschafft. Haben wir echt Schwein gehabt. So, weggekriegt. So, der kommt nach vorne wieder auf deren Seite. Oh, schöner Schuss. Weggecheckt. So, ich hau den jetzt weg, ne? Ja. Hau ihn raus. Hier ist er. Hier ist er. Boah. Da haben sie mich flach gemacht. Welches ist der Sarasa? Da haben sie mich flach gemacht. Da haben wir Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Wow, die haben mich weggerammt. Next down. Nice, Sarasa. Super guter Defensivschlag. So. Boah, wie man einfach nur auf diesen Ball staut. Oh nein, hinten ist es leer. Der Benni ist da. Der ist echt. Oh. Schön. Sarasa Rumpel noch rein. Ah, easy. Noch eine Minute. Komm, Sarasa. Nein, fuck. Knappes Ding. Nein. Oh, was mache ich? Ich habe keinen, keinen. Okay, ich habe ein paar von denen. Wenigstens einen erwischt. Knuppel. Ja, der geht rein. Der geht rein. Schön, schön. Komm schon, komm schon. Nein. Schade. Boah, wie schön. Der wäre auch zu schön gewesen einfach. Ah. Ah, der geht doch noch fast rein hier. 30 Sekunden, Leute. Ah. Zu krasses Manöver. Man muss es probieren. Benni, komm. Ah, nein. Ja. Ja, voll, voll. Da kam er von der, die Flanke kam rein. Ey, was für ein Ding, Alter. Und jetzt wieder. Yeah. Wo, abgehalten von denen und yes. Nein. Der ist einfach reingeflogen. Supergeil. Ey, das war auch ein richtig gutes Match mal wieder. Wir lernen dazu langsam. Kann man nicht mehr meckern. Doch bei manchen Aktionen kann ich selber bei mich meckern, aber ich kriege mich. Boah, schön. Komm, die haben wir noch. Ah, fuck. Vorbeiknapp. Benni? Traum. Warst du eigentlich Sterne, Benni? Abgehalten. Sterne? Sterne als, äh, als, äh, Exhaust? Geil, ich stehe auf der, auf, auf meinem Hinterteil. Schutzhelm? Was ist ein Exhaust? Ähm, dein, 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 was ist das, der, der Nitroblast sozusagen, sind das Sterne? Ach so, ja, ja, ich habe so einen Heiligenschein, ja. Ja, den habe ich auch diesen Heiligenschein. Und einen Bauarbeiterhelm habe ich jetzt angefangen. Ey, Laza, du bist halt einfach mal der beste Spieler vom Ganzen. Ja, nämlich nochmal Anfänger, ja. Bei denen hat sich auch einer von den, äh, einen ausgelockt, oder? Die hatten nur einen Bot dabei, Fury. Ich weiß es nicht. Ja, Fury war, das ist ein Bot. War der die ganze Zeit dabei? Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht, habt ihr, ne, der war am Anfang nicht. Ne, ich meine auch nicht. Habe ich auch nicht drauf geachtet. Ich meine, die sind, das wäre gegangen. Naja, wir verabschieden uns für diese Folge, würde ich mal sagen. Genau. Es war wieder ein Fest. Ja, und wir trainieren noch ein bisschen weiter, noch ein paar Folgen, und dann spielen wir gegen irgendwelche anderen Leute. Das wird noch richtig lustig. Also Leute, die ihr ja auch kennt, können bestimmt ein paar dazu überreden. Ich habe ja auch gehört, die Beat spielen, da ist der, der, der Mafuyu und so, die werden bestimmt auch alle nochmal zocken. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Da kann man vielleicht noch voll die kleine Mini-Liga draus machen oder sowas. Das wäre ja mal richtig geil. Aber vielleicht erst mal zocken. Genau. Was? Ja. Es wird lustig. Auf jeden Fall. Also, die anderen sind voll gut. Teilweise sind manche richtig gut. Da sind wir noch voll schlecht gegen. Ich habe da ein paar Videos gesehen. Alter Schwede. Naja. Aber wir trainieren fleißig weiter. Die werden wir noch treffen. Oh, Benni. Und werden siegen. Der nimmt den Mund voll. Ja, das sehen wir dann. Wie damals, wie damals am Kiez in Hamburg zu voll. Bis dann. Tschüss. Ciao.